So, hallo Leute, neue Folge MB3, äh, hier MB3, Black Ops 2, mein Flash-Up, äh, Connected gerade noch und ist jetzt im In-Game. Jetzt bin ich da. So. Wo bist du? Wo bist du? Bis zu 30 Punkten geht's. Und... In der letzten Runde ist Dinger rausgeflogen, deshalb, ja, muss man das nochmal neu machen. Entschuldigung, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das, äh, nochmal, auch noch hochleid, die andere Teil da, aber, keine Ahnung. Vielleicht. Du hast es doch gerade. Komm, du kommst jetzt sofort da raus, ich seh's, ich seh's ja schon, komm. Mit welcher Waffe spielst du denn nicht gerade? Ich hab einfach nur eine Waffe genommen, hab irgendwas drauf gemacht und fertig, aus. Es war mir scheißegal. Mikrofon aktiviert. Hättest du dich irgendwie nicht mehr. Da. Da warst du doch gerade. Ah, da hab ich dich gesehen. Ich hab sogar noch nen Headshot gegeben, hab auch geil. Lick so. Dann weiß ich, ich hab nen Finger am Polen. Wenn wir jetzt zurück. Probst du es auf dem Polen. Für die Zuschauer jetzt. Da merkt man jemand angerufen, ja, es ging um das Gastgeschenk, das immer, was ich mitnehmen soll und so, aber ja, ne. Bei dem, äh, der Maxi geht jetzt gleich zum Einkaufen, hat nochmal gefragt, was er nochmal genau kaufen soll. Ja, der 3 zu 1 steht, weil du mir ein Headshot gegeben hast, wie ich gesehen hab, mit der Pistole, ja. Es kommt ja damit zu einer Skorpion nicht, glaubst du, mit der mir Skorpion auf die Entfernung, fuck. Du bist für die übelste Bohnen, sowas, wie der Skorpion auf die Entfernung, getötet. Dude, ich bin gut für dich, was das gilt ist. Das ist so, was vom Hat auf die Entfernung er 600 Euro ist es nicht. Girft bekommen kann jetzt kann. Du bist. Äh, nir agriculte die Stärk Wochenendnettung Nomilar mit. Meiner SEBT das ist aber, dass er erwartet hat. rootfe es kommt von rechts ich glaub's nicht richtig sicher als ich war fast tot jetzt ich hab schon Geld gebannt darum dass sie jetzt weiter spielen muss gleich von der Entfernung okay schafft doch mal jeder ich bin ein Juggernaut ja ein Juggernaut du bist ein Juggernaut du weißt worauf ich anspiele nein ich will jetzt noch nicht mehr spielen Lass mich in Ruhe nein bitte nicht nein 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 Alter ich bin fast tot ah zum Glück ja aber fast man ich mach mal so wenn ich jetzt sterbe dann spiele ich Sniper bis zum Ende der Runde nein Alter wie ich hier gerade rumcampe voll spaßteamäßig ja du scheiß Kämpfer ich will aber nicht sterben wenn ich mit Style verspielt habe ich fast keine Chancen mehr weil ne und so hier obwohl auf die Entfernung manchmal vielleicht schon aber schmeißt du da noch sein C4 an nein es war kein C4 was war es dann Bandgranate bitch überbündete Drohne nähert sich ich seh's doch schon komm jetzt sterbe ich sofort weil ich wieder kurz vor meinen Abschuss serien bin ich seh dich da hinten rum nein Alter ich wollte gerade nachladen habe ich auf dem Messer gedrückt wie oft muss ich denn noch treffen ich hab fast keine Muni mehr schlecht nein scheiße okay das ist doch hier und kackt das ist doch hier und kackt wie scheiß Bastard alter ah ja klar ich habe nur meine Säule und der war für das scheiß ist der Stil mit der Kölnchen und gar nichts macht es sich das kann der Kinder weg oder was ja wo es sich hat ich habe ich habe weil ich habe leider keinen zu bauen dann wäre es bestimmt ein paar hundert da oben rum geschwoben für den jahre ist es zu nein fast gestorben weil sie wenig ist leider ab dann dann soll es ist blöd hat sie wieder mir jetzt schon überlebt das geschießt von irgendwo schießt von da hinten habe ich was kann ich was mit der Pistole aber ich hatte ja ich habe dich noch mal getötet wie ich mich hier verkämpft wenn du einmal von hinten kommen würde es wäre ich so von der Marsch weil ich damals noch von der Scheuners warum sage ich das überhaupt verkehrt einfach was ich gesagt habe okay gut wo bist du Gott habe ich eh nicht aufgepasst gut für den Plan wo ich bin nicht nein ich bin die geringe gestern dann muss ich deine Waffe aufheben mit deinem Pornowisier hier gewonnen sie sind diese Waffe fahrrad kommt raus kommt schon raus abgabe kann abgaben abgabe ich habe mich die schweißen bis es ist nicht geschehen die 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 erz um nein hör auf die Scheiß fahrbar er ist das Ziel der Bescheid der Autor für mich wird der Weg ist nicht bei so weil die Ereignisse der Olof 10 man hat man hat erkämpfte die Schlechtigkeit der Treffensorten ich brauche meine Reisheit der Unter da vorher wo du es wird gesponnt ist in der Nähe das war es auch nicht nur wenn man es nicht umgehen da hatte was werden ich hätte gesagt wird so wohl dass es weiß nicht so gut der Scherz und böse im Verhältnis dass sie nur was wird erst mal ich da und drückt dann ist immer so wie es sei denn das ist der Neuzen als drinnen für sich für der für die Tastendrück Epileptiker hier Du bist denn du? Da kann ich dir nicht angehen. Du bist denn du? Weiß mal was ist denn ein 2? Nein jetzt spielt du auch Sniper! Ich hab wieder die Sniper aufgehoben. Ich hab dich ja noch gesehen und dann triffst du mich bevor ich dich treffe. Ja. Das ist die Karte, Mann. Ich mach mich, ich mach das. weiter nun 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 was er denn ich habe gedacht wenn er will sein wenn du mir nicht sieht diesen komischen Tüppel in die gespielt wenn wir mit dem Tüten die sie dann nicht wird man von dem Wissler hat für die Kinder mann das ist und das war und selbst wenn ich dann noch die Leute ich glaube ihr habt S ja ich habe die Arzt da oben ist von der Fräschheit warum treffe ich eigentlich nicht bin ich irgendwie zu inkompetent und sonst habe ich eine Präzision von 100 Prozent und heute von einer von Nürnberg 50 Prozent wenn du das Urlaub bei mir auf der Kost 2 mit 50 bis 100 FPS und mann jetzt höchst mich sehr wichtig er hat die Zielgruppe und den Werten bei mir bei mir läuft das sind die Aufnahme mit 130 und ohne Aufnahme mit 200 geiligert weiß was ich mal sagen mit das Kopie ich bin da so schlecht im Treffen ist doch das ist doch das ist doch zwischen Hartz-Gobbord das hat dann es ist schon was ganz anderes in der Zeit sind kurz kommen als in mp3 mp2 und so was das ist nur so oder er ist immer der roter vergleich dr er hat er diese diese komischen abgerosteten Enden sehen wie er sich den Kopf 4 Prozent und sie ist nur ein Spiel er hat mir er hat sich die sind spielen und wo bist du der Hoch hier ist ein Skorpion das ist Kopien mit dem das muss man richtig hinsetzen hier nein das finde ich gar nicht nett nein nein jetzt holt er seine Pistole raus ich glaube es hackt ich pisse nicht immer man oh Flashbang bitch das ist eine EMP keine Flashbang in der ich hätte hatten die Märkte ist wie sie ist Alter wird mal aggressiv der Klinik wenn sie sich in den Krieg ist das ist genial ist doch das ist das was mit Jonas ist also es ist eine Drohne weg und mehr und und das ist das das ausdrücken Geräusch oder Kackgeräusch ich muss ja auch noch meine Sniper auf alle auf Gold spielen es wird wieder eine Tutu um die MP ist auch wieder alle auf Gold dabei hatte ich ja schon mal alle auf Gold Prozent du arme Juni Prozent Herbst du da bist du und da war ich so und mit Tunus war es ist es nicht dein Ernst es ist einfach nicht dein Ernst Prozent drohlewisch und ich sollte ich hier freischalten wenn man mit seinem Leben mit mir öfter hat er mit er auf drei drücken ich bin ich komme ganz durcheinander im ganzen reden hier Hilfe! Nein, runter hier. Leg dich doch hin, du Stück. Gut. Jetzt kommt der da von hinten. Ich glaube, es hackt. Kommt dieser kotfressende Zwerg von hinten? Warte, du. Was gebe ich dir ab, Mann? Bist du heute drauf? Ein kotfressender Zwerg? Das habe ich schon nie aus deinem Mund gehört. Ja, hallo. Bei dir, bei dir, da sagt man, kann man nichts anderes mehr sagen oder sowas. Sowas ist hart. Ich habe das Gefühl, du bist irgendwie in meinem Arsch drin, als im Spiel. What? Ja, das ist ein schwer zu bescheidenes Gefühl. So was für irgendwie Angst. Ja, ich mache mir selbst auch Angst. Ich habe es mir nicht allein. Nein. Nein, ich werde nie mehr so sein. Komm mal da nicht. Verrückt. Oh, da habe ich... Na, na, na. Alter, ich habe mein Glücksgup getroffen. Ich glaube, es ist ja nicht, wie schlecht ich kann, wie ich noch nicht mehr so bin. Du bist, dass ich läufst, dass ich so rückgast auf mich züchtig so. wo wird er erst einmal gehecht, der runter gehecht sprungt runter gehecht sprungt, hammer geil NEIN DER ZIET DER MICHT AUNOCH ich hätte unbedingt hier, äh hier, ne und so Geist und Totenstille und und alles drum und a ihr werdet ich nein wir haben Prozent der Händler sie auch in die Biss dies war schon es kommt ja nicht um die Ecke die Chinesen ist es zu spielen wir haben und er hat sich damit das wechseln das ist das Ende der Runde man hat in der Art des Zins und nach der Scheiße eben an das ist eine Art und der eine Karte mit der Scheiß-Koppel da aber es ist ein Moment die Beschissen sind Leute werden im Beschissenen Moment getötet ja als Wetter komische Spassgelauf wo er sich glaubt es wird der wirklich noch auf das ist es in der Kälte der es würde möglich sein in der Ausrichtung die Verlagerung ist die Figur die ja wenn ich an diesen Eifer spielen ich bin gar nicht so gut müssen sie sind recht gut die es sieht aus wie von Frappes als ob ich ihn selbst als Anheberatmen Nein, ich hab doch kein Frappes an, nein, mein Leben Nein, ich hab einen Frappes an, oder? Ich weiß nicht Das ist nicht dein Ernst, wie du mich von da hinten einfach mal triffst Es ist doch ein Schatz, es ist doch Bah, Leute, was verrückt Nein, lass mich in Ruhe, du Wo bist du? Scheiße Was hast du jetzt gemacht? Meine Güte Ich weiß nicht, ich hatte noch Eichhörstrennen So eine Scheiße Nein, nein, das lass ich jetzt nicht mit mir machen Nein Na Pistel, du, eh, oder was? Ja Ce사 Jetzt hab ich keine Munition mehr Ich hasse das Das ist nicht dein Ernst warum blieb uns das vom Mann bei er hat ihn ich weiß nicht auch in der Zeit der Mann bis zu guter Zeit so lang ist der Welt ist wie als ob du kaum in einer Fresse dritte ist es ist immer langsam da ist ein langsamer im KB ist die Niederlage mit den Kommen der Fresse und das ist ein langsam wird schon ja ist ein Mundleiter gespürt sich nicht mehr Proben die Städte die schlechte ich einfach nur bin schau dir mal das an die Verkunft ist es nicht jetzt trifft es auch noch jetzt trifft es auch noch jetzt bekomme ich noch ein bisschen jetzt ich habe ich habe mir das auch gedacht dass es jetzt kommt aber nein ja alles ist die Skorpion ist so was von OP einfach nur das ist nicht die Karte die Schmerz der Waffe so scheiß Geld ist abgestellt Mann auch was ist auch eine Munition leer auf so eine riesige Entfangen trifft er mich da nein 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 so sie sich nicht mehr machen aber es ist ein bisschen bei der Tüchter immer noch etwas nicht Prozent Nein sie werden in der Welt der Lache okay ein es war doch abhängig ich bin ich will er hätte er auch mal das ist unfair ich muss gerade so lachen da kann ich nicht mehr wenn ich verliehende dann mit dem Lachen ich hab' ich hab' ich hab' ich hab' ich hab' das ist unfair ich kann ja nicht mal ziehen Köln das ist ein Lachen beim Zieler so umzitternd so der Führer ist der Verordnungen ich bin die Katzen sie wirklich nicht so aus wie ich in die Knie würde Köln als er führt älter ab der rühmt die spieler aus es ist nicht dein ernst du mit der Skorpion da weißt du ja nicht was hat es auch ein Skorpion nein ich hätte gerne kaputt sich so will ich habe mich auf ihn ja die die Füße nicht noch leiser mit der Skopje oder also ich glaube ich nicht ich fast verabschiedet ich bin so ein scheiß Skopje, Bro, Alter will ich was behaupten Bro, du bist der, du bist der Bruder Bruder, du bist Skopje Häh, Flüsse, wo bist du? Ich komme aus deinem Hintern raus Miau Hilfe Ah, Hilfe Es schreckt mich hier vor Treppen Nein, 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 nein kein Minister drauf zu einer die Wechselmann die Kinder in die Nähe ja, ja mein Mund wird schon wieder fast leer der gleiche ankommen mit seiner dann war ich ja nein dahin ich habe gewusst nein 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 sie ist gekommen klar und so ist es ein bisschen oder was meinet Güte wenn man diese Pläne die gemütlich die Waffe das ist es auch so von knapp wieso hat er da ist im Grunde Kürz und steigte Euro Prozent bis schon dass die Zahl auf die Sünden am Bildschirm und anstehen die 8 ich hätte man sich in der Welt die Kinder so momentan ich guck mal kurz diese Worte fangen an die Sorge von B3 Mann okay ja ja das ist ja das stehen auch die Zahlen in Sonnenmung als auch was doch nein das ist ja auch der Weg ist eben links unten ja links unten aber nicht viel Kies du hast ja das nicht ja um das ging es mir er ist ja das Spielstand nein ich heiße scheiße scheiße okay und gut ich küsste mann und das ist ja so ein bisschen mit einem ab die mehr als mögliche werden wollen wir dann eben nicht mehr die ich will ich will und zwar Wir sehen uns das nächste Mal, dann müssen wir uns anschauen und tschüss.